Der Nationalpark Gesäuse Podcast. Der Podcast des einzigen Nationalparks der Steiermark. Alle zwei Wochen neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. Drei hohe Ho Schön, dass ihr mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist ganz was Neues, nämlich das steirische, erst vor kurzem ins Leben gehoffene steirische Wildnisgebiet. Und ich habe zwei Gäste bei mir im Studio, nämlich die Nina Schönemann vom Wildnisgebiet Dürnstein. Servus. Hallo. Und den Oliver Gulas vom Natur- und Geopark steirische Eisenwurzen. Grüß dich. Grüß dich. Und was die zwei mit diesem steirischen Wildnisgebiet zu tun haben, darüber werden wir plaudern für unsere heutige Sendung, das steirische Wildnisgebiet. Die Frage ist einmal, wo kommt das sein, Oliver Gulas? Du kennst dich aus, da im Norden der Steiermark oder nordöstlich. Wo sind diese, sind doch ein paar tausend Hektar, oder? Ja, das stimmt. Und ich hoffe, dass ich mich auskenne. Sie haben gesagt, ich habe Geografie studiert. Da weiß man überall ein bisschen was, aber nichts genau. Und das steirische Wildnisgebiet ist im östlichen Teil vom Natur- und Geopark steirische Eisenwurzen, in den zwei Naturparkgemeinden Landl und Wildalpen. Wenn man quasi ins Salzertal einbiegt und Richtung Maritzell fährt, dann kommt man ungefähr noch ein paar Kilometer zum bekannten Wasserluftklamm in der Balva. Und da startet es auf der nördlichen Seite der Salzer oder anders gesagt, der südliche Hochkarhang zieht sich da entlang der niederösterreichischen Grenze von der Gemeinde Landl bis nach Wildalpen. Und der größte Teil befindet sich aber im Lassingtal, das zur Gemeinde Wildalpen gehört. Okay, das heißt, du als Geschäftsführer vom Natur- und Geopark steirische Eisenwurzen, dir wird ein Stickerl anzwickt und das wird Wildnisgebiet? Nein, das anzwickt vielleicht der falsche Ausdruck. Wir sind in eine Beziehung eingegangen, sozusagen. Wir haben ja kleine Bereiche, wo wir mit dem Nationalpark Gesäuse überlappen und die Beziehung war uns flächenmäßig ein bisschen zwängig. Und jetzt haben wir uns gedacht, auf dem anderen End von Naturpark können wir auch noch eine Vermehrung starten. Und das ist jetzt quasi überlappend, sozusagen. Also ihr braucht auf jeden Fall Eichrei Ecken und Enden ein Stickerl Wildnis. Genau. Als Naturpark schaut es natürlich auf den Erhalt der Kulturlandschaft, Schützen durch Nützen. Und Eichrei Ecken sind so richtig wild, wo die Natur tun kann, was sie will. Das passt zu unserem Motto, das wir zufällig schon einige Jahre haben. Das ist wild und sanft. Und somit sind die Ecken und Enden ein bisschen wild. Und das mittendrin ist die sanfte Kulturlandschaft aus extensiver Grünlandwirtschaft, Almen oder bewirtschaftete Wälder. Also eine bunte Vielfalt im Gesäuse. Und wie groß ist der Fleckherzen, der eben dieses Wildnisgebiet sein soll? In Summe, da muss man sonst die Nina ausbissen, sind es 7000 Hektar, was Niederösterreich und Steiermarkt betrifft, wenn ich richtig bin. Genau. Und halb-halb ist steirische Seite und niederösterreichische Seite. Das heißt, 3445 Hektar sind es genau, die dazukommen. Okay. Also hier geht es eine weitere Beziehung ein. Es kommt ja Niederösterreich dazu, sozusagen das Wildnisgebiet Dürnstein, das dann direkt an das steirische Wildnisgebiet angrenzen soll. Oder eigentlich ist ein gemeinsames Wildnisgebiet dann mit 7000 Hektar. Es ist tatsächlich erstmals in Österreich über zwei Bundesländer ein Schutzgebiet mit einer Schutzgebietsverwaltung. Also das ist wirklich eine große Sensation für den Naturschutz. Ja, da müssen wir eh noch plaudern, wie euch das gelungen ist, weil Bundesländer übergreifend Projekte zu machen, das ist ja gar nicht so einfach. Hier hört sich das Nationalpark Radio und heute plaudern wir über das erste, über das einzige steirische Wildnisgebiet im Lassing-Tol, das ein Teil vom Natur- und Geopark steirische Eisenwurzen ist und grenzüberschreitend, bundesländerübergreifend mit dem Wildnisgebiet Dürnstein. Ja, ein großes Wildnisgebiet ergibt 7000 Hektar, wo die Natur Vorrang hat, wo sich der Mensch wirklich ganz, ganz stark zurücknimmt. Nur viel stärker als in einem Nationalpark. Nina Schönemann, du bist Managerin vom Wildnisgebiet Dürnstein. Wie ist euch das gelungen, über Bundesländergrenzen hinweg da was auf die Füße zu stellen? Gute Nerven. Geduld. Ja, und dazu muss ich sagen, das war ja nicht nur unser Verdienst. Also da muss man schon sagen, da haben zum Glück sehr viele Menschen sich sehr bemüht, von der steirischen Landesregierung angefangen, über die Bundesforste, über private Sponsoren, die das ganze Projekt unterstützt haben. Und ja, so mit viel Geduld, also da haben alle immer wieder die Nerven wieder sich beruhigen müssen. Und jetzt sind wir alle eigentlich sehr froh und sehr stolz, dass das gelungen ist. Das heißt, es war schon ein jahrelanger Prozess, bis das in die Wege geleitet werden hat können? Nicht nur das, es ist dazwischen auch immer wieder gescheitert und abgebrochen worden. Und jetzt war auch klar, dass es wirklich das letzte Mal ist, dass man sich zur Verhandlung an einen Tisch setzt. Und noch ist es ja nicht unterschrieben, das muss ich dazu sagen. Der politische Entschluss ist gefasst und die Verordnung ist kurz davor, dass sie unterzeichnet wird. Okay, wir kennen das alle auf diversen sozialen Kanälen, Beziehungsstatus. Es ist schwierig. Nur nicht beim Oliver, weil der hat vor kurzem Keirat, da ist noch einfach. Der war ich noch. Der war ich noch. Ja, aber das macht es ja auch aufregend. Was ist jetzt das Besondere an dem Gebiet, an diesen 3.500 Hektar auf der steirischen Seite, die da dazukommen? Was ist das naturräumlich so wertvolle? Das eine ist sicher dieser wenig oder bis gar nicht bewirtschaftete, naturbelassene Wald, der was an dem südlichen Hochka-Berghang vorhanden ist. Und das zweite ist sicher dieser wilde, unbebaute Fluss, die Lassing. Meines Wissens nach ist das der letzte steirische Fluss, der was noch meandriert. Also der, was sein Flussbeet regelmäßig verlegt aufgrund von Strömung, aufgrund von Niederschlagseignissen. Und dadurch ergibt sich halt eine besondere Flora und Fauna. Ja, da ist sogar die Tamariske kommt dort vor, die seltene. Die Ufer-Tamariske, hey, die hätten wir auch gern. Das heißt, der Nationalpark betreibt ja sehr wenig Wiederansiedelungsversuche oder Wiederansiedelungsprojekte. Die Tamariske ist eigentlich das Einzige, was wir versuchen würden, ob das nicht wieder im Nationalpark heimisch werden möchte. Da borgen wir uns vielleicht für euch dann ein paar aus. Wehe, da wird nichts ausgegraben. Nein, ausgraben sicher nicht, aber vielleicht fällt wo ein Sammeln runter oder so irgendwas. Was bedeutet das jetzt für Besucher, wenn sie in Zukunft in diese Region kommen, in dieses Gebiet kommen? Ich denke, Bewohner wird es keinen geben, oder? Da wird es keine Ortschaften geben, wird es keine Häuser geben. Was bedeutet es für Besucher? Ja, das ist die spannende Herausforderung. Ich habe das auch vor kurzem gesagt. Du kannst irgendwie beides machen. Weil lokal oder generell die Leute halt manchmal so sind, ich will nichts Neues, ich will, dass nichts passiert. Da ist das Wildnisgebiet ideal. Weil da soll nichts passieren, es soll so bleiben, wie es ist. Und auf der anderen Seite wird manchmal vielleicht ein bisschen drüber gematschgert, dass nichts passiert. Und mit diesem besonderen Schutzgebiet kann auch rund ums Wildnisgebiet ein bisschen eine Regionalentwicklung passieren, die was nachhaltigen Tourismus fördert. Und somit passiert dann was. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, die Herausforderung, dass man da gut die Balance schafft, dass man interessierten Gästen und der lokalen Bevölkerung was bietet. Vor allem im Bildungsbereich, dass diese Themen vermittelt werden, was das Besondere ist und auf was man Acht geben muss. Aber es darf natürlich nicht zu viel werden. Es soll die Natur Natur sein in diesem Bereich und das soll ja so bleiben. Es passt auch sehr, sehr gut in gesamtregionalen Connex, wenn man sich das vorstellt. Unsere Region, so das Dreiländeregg, Oberösterreich, Niederösterreich, nördliche Steiermark. Du hast den Nationalpark Holgölben, du hast den Nationalpark Gesäuse, du hast das Wildnisgebiet Dürnstein als verbindende Klammer. Auch aus den Natur- und Geoparks, steirische Eisenwurzeln und hier jetzt auf der steirischen Seite auch nochmal ein sehr streng geschütztes Schutzgebiet, das Wildnisgebiet, den steirischen Teil des Wildnisgebietes. Also schon langsam nimmt es wirklich Gestalt an, was in dieser Region wichtig ist. Eben ein wilder Wald, Naturschutz. Also wenn man das von oben anschaut, wo in Mitteleuropa gibt es noch wirklich einen Riesenfleck Wald, der halbwegs intakt ist, das ist genau in dem Dreiländeregg oder wo in Europa, ist es wirklich so finster in der Nacht, das ist genau in dem Dreiländeregg. Also für mich ist es ein stimmiges Gesamtpaket, wie es sich zieht ist. Auf alle Fälle, ich habe vor zwei Jahren schon, war im Nationalpark Kalkalpen, die haben da ein schönes 3D-Modell gehabt zum Thema Wald. Und desto mehr Wald, umso höher war quasi das Relief, also ein bisschen anderer Zugang zum 3D. Und da hat man eben genau gesehen, wie du sagst, im Osten der Alpen, im Alpenbogen, der größte Waldfleck und der dunkelste Nachthimmel, das hast du nirgends so in Österreich nicht und auch nicht in die Alpen auf so einer großen Fläche. Und das bietet eine einmalige Möglichkeit, erstens in der Regionalentwicklung, nachhaltigem Tourismus und auch im Naturschutz etwas zu erhalten und voranzutreiben. Nina Schönemann, wie man den Nationalpark Gesäuse gegründet hat, war schon zur Gründungszeit ganz, ganz wichtig, dass die IOCN mit dem BODIS, die Internationale Naturschutzunion, weil diese Naturschutzunion diese Zertifizierungen macht, die eben in Österreich bei den Nationalparks ganz wichtig ist. Du musst Kategorie 2 als Nationalpark anerkannt sein, dann ist die Finanzierung seitens des Bundes gesichert. Wie ist das bei einem Wildnisgebiet? Ist für euch, IOCN, also Anerkennung so ein wichtiges Thema? Für den Wald wahrscheinlich nicht, für die Menschen schon. Und in dem Fall wird auch hier die Anerkennung angestrebt. Es war auch schon letztes Jahr ein Gutachter da und der hat uns auch schon mitgegeben, dass das nicht nur für Österreich eine Besonderheit ist, hier die Erweiterung des Wildnisgebietes, sondern dass ganz Europa auf uns achtet, also auf uns schaut und darauf schon gespannt ist, was da passiert. Also eigentlich eine große Ehre, dass wir das jetzt wirklich geschafft haben. Also das hat eine internationale Wertigkeit. Das hat auch eine große internationale Wertigkeit, ja. Das ist wirklich was. Europa ist sehr dicht besiedelt und so große zusammenhängende Waldflächen, naturnahe, sind wirklich was ganz Wertvolles und Wichtiges, ja. Du hast mir zuerst gesagt, off-records, es ist ganz wichtig, dass jetzt die steirische Seite dabei ist, wegen Ausbreitung von Organismen, die Natur kann wieder weiter wandern. Ich habe es nicht ganz verstanden, erklär es mir noch einmal. Natürlich gerne. Ja, also es ist natürlich, umso größer Ökosysteme sind naturnah, umso wertvoller. Und das Wildnisgebiet ist ja damals eingerichtet worden, um den Urwald-Rotwald zu schützen. Und der hat natürlich eine ganz besonders wertvolle Artenvielfalt. Und der Rotwald entwässert in der Lassing. Und die Organismen können sich jetzt ideal ausbreiten übers Lassing-Tal. Das ist im Rest vom Wildnisgebiet nicht immer so möglich. Da ist der Dürnstein eigentlich in der Mitte vom Schutzgebiet, fast ein bisschen eine Barriere. Und ins Lassing-Tal müsste das jetzt eine ideale Möglichkeit sein für die Organismen, dass sie sich weiter verbreiten können. Und darüber hinaus, also es ist ja, es gibt ja schon seit Längerem das Projekt Netzwerk Naturwald, wo eben auch die Schutzgebiete untereinander vernetzt werden sollen. Also eben Nationalpark Gesäuse, Nationalpark Kalkalpen. Und jetzt sind die Naturpark auch noch mit dabei. Oliver, möchtest du vielleicht auch was dazu erzählen? Ja, also die Idee ist ja grundsätzlich sehr positiv, dass die Bundesländergrenzen ein bisschen kleiner werden und dass man sich auch mit diesen verschiedenen Schutzgebieten und Schutzgebietskategorien vernetzt. Weil beim Thema Wald haben wir ja doch diverse Arten, die auch ein größeres Gebiet brauchen. Da hat es Untersuchungen gegeben zu den Spechtorten, zu verschiedenen Insekten und Vögeln. Die bauen größere Gebiete im Wald um, damit diese Populationen auch stabil sind. Und da bieten halt die Schutzgebiete im Dreiländereck dementsprechend gute Voraussetzungen aufgrund des hohen Schutzstatuses. Und die Naturpark drumherum sind quasi die Autobahnen, die Straßen für diese Orten. Und das muss gar nicht heißen, dass jetzt die Naturpark einen hohen Schutz vom Wald brauchen. Es braucht sogenannte Raststationen, wenn man das so metaphermäßig sagen kann. Also Trittstein, Biotope nennt man das im Fachjargon. Und da gibt es schon einige Musterbeispiele. Also im Natur- und Geobachsteirische Eisenwurzen gibt es in der Gemeinde St. Gallen von den steirischen Landesforsten so einen Trittstein-Biotop, der ist außer Nutzung genommen worden. Und im Ortsteil Großreifling in der Gemeinde Landl gibt es für die österreichische Bundesforste so einen Trittstein, der außer Nutzung gestellt worden ist. Und das hilft halt diesen ganzen Populationen und der Natur sozusagen. Und positiv erwähnenswert ist natürlich, dass da die größeren Waldgrundstücksbesitzer auch mit im Netzwerk sind. Und so versucht man gemeinsam dieses Thema zu beackern, eventuell Förderprojekte auf die Füße zu stellen, Bewusstsein zu schaffen und gemeinsam für das Thema Wald zu arbeiten. Das heißt, es braucht nicht nur außer Nutzung gestellte Wälder, es soll und braucht auch bewirtschaftete Wälder, weil der Wald ist ja auch für vielfältige Funktionen da, Erholung oder Wirtschaftswald. Und das ist somit ein Miteinander. Aber die große Herausforderung für alle ist natürlich das Thema Klimawandel und wie der Wald in Zukunft erhalten werden kann und aussieht. Da würde ich, ja, da gebe ich dir recht. Also nur Schutzgebiete werden nicht möglich sein. Man muss ja auch was nutzen. Und wichtig ist, dass dort wo genutzt wird, dass man dort auch mit Verantwortung und Rücksichtnahme bewirtschaftet. Und darum ist ja auch ein Teil von dem Projekt eben Bewusstseinsbildung, dass man mit den Waldbewirtschaftern da auch kommuniziert und ein Informationshaus da stattfindet, ja. Aber habe ich das richtig verstanden? In einem Urwald gibt es einfach Orten, die es in einem Wirtschaftswald nicht gibt oder nicht geben kann. Und diese Urwaldorten werden über Korridore, über ein Netzwerk praktisch, können Sie die trotzdem austauschen und können die genetische Vielfalt erhalten? Ganz so einfach ist es leider nicht. Also die richtigen Urwaldarten, die sind leider wirklich nur im Urwald im Normalfall vorhanden. Das hat den Grund, dass wenn einmal eine menschliche Nutzung stattfindet, dann habe ich Erosion oder Bodenverdichtung oder was auch immer. Und viele Arten sterben ab. Das passiert vor allem im Boden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen Kahlschlag habe, dann stirbt mir da sehr viel Bodenleben ab, vor allem auch die Mykorrhiza-Pilze, die sehr wichtig für die Vernetzung sind im Wald, für die Vernetzung zwischen den Lebewesen. Und viele Arten sterben da ab und teilweise auf den Flächen wirklich aus. Und die Flächen werden dann von anderen Organismen besiedelt. Und damit, selbst wenn man dann die Flächen der Natur zurückgibt und dort wieder Wald wachsen kann, wenn diese Arten, wenn es vielleicht für die Arten wieder passen würde, dass die dort wieder vorkommen könnten, sind bereits andere da. Und das sind im Normalfall welche, die schon häufig vorkommen, weil sie eben nicht so anspruchsvoll sind. Und das ist eben der Grund, warum manche Arten wirklich nur im Urwald vorkommen und sich auch nach einer Außennutzungnehmung nicht mehr etablieren können. Darum ist Urwaldschutz so wichtig. Nichtsdestotrotz gibt es sehr, sehr viele Arten, die es durchaus schaffen, sich wieder zu etablieren. Und darum ist eben auch Wildnis zulassen sehr wichtig. Also wenn sich der Mensch dann mal zurücknimmt und keine Nutzung mehr standfindet, dann lässt man eben Wildnis zu und dort können dann durchaus sehr, sehr viele Arten wieder vorkommen und deswegen ist die Wildnis auch wahnsinnig wertvoll. Du hast einen super Begriff in den Raum gestellt, Mykorrhiza. Alle unsere Hörerinnen und Hörer, denen darf ich empfehlen, googelt das einmal, das ist super. Es geht schon fast ein bisschen in die Esoterik. Es lässt sich aber alles naturwissenschaftlich erklären, Strom und Energie und Nährstoffversorgung und Informationsaustausch für Pflanzen. Also das Zauberwort für die Natur, Mykorrhiza, Internet für die Pflanzen. Wald, weit, web. Wald, weit, web, genau. Wir haben gehört, Wildnisgebiet ist noch ein strengeres Schutzgebiet als diese Nationalparks, die österreichischen Nationalparks. Beim Wildnisgebiet geht es wirklich nur mehr um die Natur und der Mensch ist in vielen Bereichen gar nicht mehr als Gast so gern gesehen, was für die Natur super ist. Nina, ihr geht es aber dennoch ein bisschen an anderen Wege. Ihr wollt wirklich auch etwas Touristisches schaffen. Was ist bei euch gerade so am Werden? Genau, du sagst es. Also wir haben schon Führungen im Wildnisgebiet, die aber im Zuge des Bildungsauftrags wahrgenommen werden, also um Leuten einfach diese wichtigen, grundlegenden Informationen über Ökosysteme nahezubringen. Und weil das Gebiet aber so sensibel ist, machen wir wirklich nur ganz wenige Exkursionen. Und weil das Thema aber so wichtig ist und weil die Leute bei unseren Exkursionen oft total überrascht sind und sagen, das war jetzt augenöffnet für sie. Sie haben sich über diese Dinge noch gar keine Gedanken gemacht. Und das ist aber eigentlich so wichtig. Wir leben eigentlich alle auf der Grundlage von Ökosystemen, auf der Grundlage der Leistungen, die die Ökosysteme für uns zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es eigentlich für jeden von uns wichtig, dass wir da ein gewisses Grundwissen dazu haben. Und da haben wir uns entschieden, wir bauen das Haus der Wildnis. Da können sich dann mehr Leute zu diesen Themen Informationen holen. Wir haben dort ein sehr umfangreiches Angebot. Es gibt eine Ausstellung. In der Ausstellung bemühen wir uns, dass wir wirklich diese Inhalte, die wir bei unseren Exkursionen normalerweise rüberbringen, dass wir die dort auch sehr spannend und vielleicht sogar emotional an die Besucher übertragen können. Aber auch jeder was mit nach Hause nehmen kann. Also auch Informationen dazu, was jeder eigentlich selbst machen kann. Bis hin zu Nachschlagewerken. Es gibt eine Wildnisbibliothek, die man sich auch dann daheim öffnen kann und Dinge nachlesen kann. Und einen Wildnislehrpfad, wo man daheim virtuell durchs Wildnisgebiet gehen kann. Und generell eine Anlaufstelle für jeden, der sich eigentlich zu diesen Themen informieren möchte. Aber auch für Unternehmen, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen möchten. Also einfach ein Naturkompetenzzentrum. Ein Naturkompetenzzentrum. Herrlich. In Luntz am See. Genau. Darüber hinaus ist es natürlich eben auch eine touristische Einrichtung. Weil wir ja nicht mit so vielen Leuten ins Gebiet gehen können und man aber diese Inhalte am besten draußen in der Natur vermitteln kann, ist es natürlich auch wichtig, dass wir, die ganze Region hat ja so viel zu bieten. Die Region auf der steirischen Seite muss ich jetzt erst kennenlernen, aber umso mehr ich kennenlerne, umso begeisterter bin ich. Niederösterreich, das Ipstal kenne ich jetzt schon ein bisschen länger und es hat so viel zu bieten und man kann da so viel herzeigen und vermitteln. Und wir arbeiten da sehr eng mit dem Tourismus zusammen und bieten den Leuten Hand in Hand mit dem Tourismus die Möglichkeit, außerhalb des Gebietes sehr viel zu entdecken und zu erkunden. Und das wird sich jetzt eben vergrößern und der Oliver ist der absolut beste Partner, den ich mir noch wünschen kann. Das heißt, es gibt auch im Wildnisgebiet sowohl auf steirischer als auch auf niederösterreichischer Seite sowas wie ein Besucherangebot. Ja, natürlich muss das auf der steirischen Seite erst entstehen. Selbstverständlich, ja. Das ist ein Prozess jetzt für die nächsten Jahre, aber grundsätzlich, erstens möchte ich vorausschicken, es ist sehr eindrucksvoll, das Haus der Wildnis, da ist ein großer Wurf gelungen. Und ich glaube, am Samstag ist ja die virtuelle WC-Konferenz und Eröffnung. Ich wollte gerade sagen, ich habe heute im Internet geschaut, da gibt es noch eine Animation, wie es ausschauen wird. Gibt es es überhaupt schon, dieses Haus der Wildnis? Es ist fast wie ein Mythos. Ich habe überhaupt oft so das Gefühl, über das Wildnisgebiet, das ist wie ein Mythos. Auch die Schutzgebietsverwaltung. Ja, es gibt es wirklich. Und ja, ab Sonntag gibt es Sonntag und Montag werden dann, ist Tag der offenen Tür. Corona bedingt leider nur, wenn man sich vorher anmeldet. Und ab dann für jeden jederzeit zugänglich und wir freuen uns schon auf die Besucher. Hoffentlich zahlreiche Leute, die sich interessieren für das Thema Wildnis. Nina, wenn du zusammenfasst, was jetzt denn so die Kernaufgabe des Wildnisgebiets ist oder eines Wildnisgebietes ist, worum geht es da? Ja, die Zielsetzungen im Wildnisgebiet sind eben vor allem Naturschutz. Wir haben auch ein bisschen einen Bildungsauftrag und einen Forschungsauftrag. Das heißt, in sehr begrenztem Ausmaß findet auch Forschung statt. Aber vor allem eben Naturschutz und um es genau zu beschreiben, Prozessschutz. Das heißt, es werden natürliche Prozesse geschützt. Und das bedeutet, dass absolut non-intervention, der Mensch greift gar nicht ein. Wenn eine Lawine abgeht, dann bleibt das Holz nachher liegen. Wenn das Holz in den Bach hinunterfällt, dann bleibt es auch dem Bach erhalten. Wenn ein Sturm ist und die Bäume fallen um, dann passiert das. Das ist im Vergleich zu anderen Methoden, passiert das gar nicht so häufig im Naturschutz. Also man hat häufig den bewahrenden Naturschutz zum Beispiel. Es gibt irgendetwas, das sehr wertvoll ist, wie eine Orchideenwiese. Und dann bemüht man sich, dass man das dort in dem Zustand erhält. Beim Prozessschutz ist es wirklich so, dass man nirgendwo hin will. Dass man einfach nur zuschaut und die Prozesse zulässt. Und das bewirkt halt, dass Evolution völlig ungehindert von Menschen stattfinden kann. Und es gibt eben sehr wenige Gebiete nur noch, wo das möglich ist. Das ist aber extrem schwierig für den Menschen, zuzuschauen, aber nicht einmal richtig schauen zu dürfen. Also wenn du sagst Forschung, auch nur im ganz eingeschränkten Maße. Ich meine, wenn wir schon nicht nutzen, dann wollen wir wenigstens eintrampeln und alles ganz genau anschauen. Ja, aber so gesehen haben wir ja schon auch einen Nutzen davon. Weil eben die Leistungen, die das Ökosystem zur Verfügung stellt, eine frische Luft zum Atmen und ein frisches Wasser zum Trinken, da haben wir ja schon was davon. Und wie gesagt, das ist unsere Lebensgrundlage. Das müssen wir uns bewusst sein. Eine große Aufgabe auch für das Besuchermanagement, wenn man sagt, man will, dass Gäste kommen, man will eine touristische Nutzung haben. Wie ist da der Plan? Ja, das ist ein nachhaltiger Tourismus, ist auch für unsere Region sehr wichtig. Da ist noch zusätzlich auch Luft nach oben, dass man da einiges ausbauen kann. Und es bringt auch Wertschöpfung in die Region. Es bringt gewissermaßen auch Arbeitsplätze. Und da kommt es sehr viel darauf an, wie man das dementsprechend lenkt. Und ich glaube, da haben die verschiedenen Schutzgebiete, sei es das Wildnisgebiet, sei es der Natur- und Geopark und der Nationalpark Gisäuse, dementsprechend auch eine Aufgabe, dass das auch zukünftig gut funktioniert. Das ist ja, man hat das überall gesehen, vielleicht auch letztes Jahr im Sommer, durch die Corona-Pandemie, die Leute wollen in die Natur. Aber natürlich muss man den Leuten auch gewisse Richtlinien mitgeben und gewisse Dinge vermitteln, dass die Natur so bleibt oder dass gewisse Bereiche geschützt werden. Und natürlich ist es auf der anderen Seite sehr verständlich, dass jeder aus sie will. Und das wird jetzt heuer im Sommer auch wieder sein, dass die Leute in die Natur wollen. Das ist sehr positiv zu begrüßen und ist natürlich auch eine Chance für uns als Schutzgebiete, dass man Dinge den Leuten mit nach Hause mitgibt. Sei es jetzt irgendwelche Naturpark-Spezialitäten, sei es Wissen rund ums Wildnisgebiet oder rund um den Nationalpark Gisäuse. Also man muss die positiven Dinge hervorheben und das halt dementsprechend richtig angreifen. Man merkt, dass die Sehnsucht nach unberührter Natur generell immer größer wird. Die Leute melden sich sehr regelmäßig bei mir und sprechen das an, was für ein toller Job das sein muss. Also in der unberührten Natur unterwegs sein, man spürt ja, der Körper spürt das, dass das das ist, wo man herkommt und wofür man gebaut ist. Und im Wildnisgebiet müssen wir aber einfach so reif sein und sagen, na, das geben wir der Natur zurück. Zum Glück gibt es ja auch andere Schutzkategorien, wie zum Beispiel eben einen Naturpark. Und eigentlich das beste Beispiel ist ja der Nationalpark, wo nicht nur Naturschutz stattfindet, sondern wo auch der Mensch einen Rückzugsort findet und sich erholen kann und zu sich wieder, zu seinen Wurzeln zurückfinden kann. Ja, das ist ein spannendes Thema natürlich, wie man Besucher einlädt, aber dann dorthin bringt, wo man es gern hätte und dorthin, wo eben wirklich was zerstört werden kann, nicht hat. Ganz interessant, aber ich glaube an Bewusstseinsbildung, da muss schon noch sehr viel passieren. Ich habe jetzt gerade wieder in meinem Umfeld in Atmand einen ganz skurrilen Fall erlebt. Also da hat seine Frau fünf Bienenstöcke in den Garten gestellt und einen Rosenmäher-Roboter dazu. Also es geht uns die Arbeit, glaube ich, nicht aus. Ja, wir bemühen uns im Haus der Wildnis auch den Leuten Ideen mitzugeben, wie sich eigentlich jeder ein Stück Wildnis selbst erhalten kann. Also angefangen eben von den Waldbesitzern, die in ihrem eigenen Wald einzelne Wildniselemente zulassen können, aber das ist ja auch bei jedem daheim im Garten oder am Balkon und selbst in der Stadt am Straßenrand. Überall kann man ein bisschen Wildnis zulassen und das tut uns allen gut, glaube ich. Die Nina Schöne-Mann hat es so schön am Punkt gebracht. Wir dürfen alle ein bisschen mehr Wildnis in unser Leben lassen, in unser Umfeld, vielleicht in unseren Garten, wo auch immer Wildnis lohnt sich. Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind in 14 Tagen. Pfiat denk! Pfiat denk!